Ach, Gigant, ey. GG, ey. Wolltest du nicht heute das Hacker-Spiel weiterspielen? Ich... Hast du keinen Bock mehr jetzt? Ernsthaft, du hast jetzt keinen Bock mehr, Alter? Ich schieße jetzt da... Nächste Runde da... Jedes Mal diesen Lilliputana ab in den Headshot. Ist mir egal. Welten, dass du den jetzt genommen hast, einfach aus Prinzip? Ja. Ja, hast du auch, ne? Ich war schon krass mit der Boss auf dem... Jetzt musst du wieder einander nennen, wirklich. Ja, ja, genau, Alter. Ey, wenn du der jetzt bist, ne, dann hasse ich dich, ohne Witz. Dann hasse ich dich, Alter. Ey, wenn du der jetzt bist, Alter, ohne Scheiß, wo ist der Typ? Der ist ja gar nicht da. Ne, ist heute ausgefallen. Der ist ja gar nicht da, scheiße, Mann. Vielleicht fragt der ja gleich noch. Ja, vielleicht kommt der gleich noch, Alter. Vielleicht kommt der gleich noch. Vielleicht kommt der gleich noch. Ah, schön, ey. Vielleicht kommt der gleich noch. Ich hätte nicht cheaten sollen. Ich hätte genau wie du einfach die Zeit abwarten müssen. Weil du hättest eh die Zeit nutzen müssen, eben. Also... Ich war aber knapp dran. Ich war wirklich knapp dran, Alter. Es war wirklich knapp. Schwere, schwere Aufgabe macht. Bei den Figuren, Alter, du weißt ja nicht. Aber du musst gar nicht austauschen diesmal. Okay. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Dann kann ich den schon mal wieder wegmachen. Dann kann ich den schon mal wieder wegmachen. Boah, ist das knapp, Alter. Und schon. Weißt du, wie man das mit dem Mikrofilm macht? Ja. Ja, weißt du das? Weißt du das? Ja. Echt, wie macht man das denn? Ähm. Halt, ne? Mhm. Mhm. Du hast einen schönen Ring in die Hand. Du hast einen schönen Ring in der Hand. Du hast jetzt auch gar nicht anfangen zu lachen, Junge. Ja. Ja, ich bin richtig auch komplett am Lachen. Schöner Schnurbert hast du. Richtig schön Schnurbert hast du, Alter. Komm, mach deine Aufgabe, komm. Hau raus, Junge. Ich bin das. Schieß mich ab. Komm. Scheiße, wer bist du, Alter? Ich bin der mit dem Schnurbert. Hä? Lobby Disconnected. Wie Lobby Disconnected? Du warst der Fette, oder? Ja. Ja, natürlich warst du der Fette, Alter. Och, Alter. Ernsthaft, Spielmann. Hä, was ist denn jetzt bei mir los? Hä, wie, was ist denn jetzt bei mir los? Nur bei mir joinen gerade alle in die Lobby rein. Ach, scheiße, ey. Ach. Wo bist denn du? Da, ganz, ich hab dich gefunden. Aber lad du mich mal lieber ein, weil ich hab keine Ahnung. Alter, das gibt's doch nicht, ey. Alter, das gibt's doch nicht, ey. Ich hatte halt den Safe, Mann. Nein, hast du nicht. Ich hatte dich safe. Du wusstest nicht, dass ich das war. Ohne Witz, guck, frag die Leute im Chat. Ich hatte dich markiert. Ich hab die... Natürlich hab... Du warst der Einzige, der auf die Zeit geguckt hat. Da stand keiner an dem Ranzen-Dings, Alter. Nein. Doch. Alter, ich... Hallo, nimmst du mal die Einladung an jetzt hier? Ja, Alter, ey. Das war ein Einladung, Alter. Ey, ich hatte dich safe. Sowas von, Mann. Was möchtest du? Möchtest du Sniper sein oder Spion? Mir ist egal, mach ich. Okay, ich bin nochmal Sniper, weil das zählt nicht. Alles klar. Okay, ich nehm nochmal den Dicken, okay? Alter. Ich nehm einfach nochmal den Dicken. Junge, ich hätt dich so weggeknallt, du warst halt safe, der Typ. Weil du warst in dem Moment, wo die Zeit hochgesprungen ist, der Einzige, der da stand. Es konnte nur der Dicke sein. Mann, 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 Alter. Oh Mann, ey. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich auch. Also, Kontakt, Double Agent, Fingerprint, Inspired, Dreistar. Okay, alles klar. Vier Stück musst du machen, okay. Alter, das ist ja böse. Das ist ja richtig böse, Mann. Das ist noch die Map von eben. Ja, ich weiß. Und wenn du jetzt nicht der kleine Mann bist, dann weiß ich auch nicht, ne? Oh mein Gott. Nein. Nein. Ich hätte, ich hätte schwören können, dass du das bist, Alter. Er ist halt wieder der Dicke, Alter. Ich habe halt wieder die Dicke genommen. Oh mein Gott. Ey, warum schießt du so früh, du Affe? Ey, ich dachte gerade, ey, manchmal kennst du nicht den Spruch. Der arme Leliputana, der wird immer abgeknallt, der arme Leliputana. Kennst du nicht den Spruch? Manchmal musst du auf dein erstes Gefühl hören, Alter. Ich war ihm in dem Moment so sicher, ne? Ohne Scheiß. War mein erstes Gefühl, Mann. Ach, halt doch. Ach, komm, Alter. Ey, das gibt's doch nicht. Du hast wieder einen Leliputana auf dem Wissen, ne? Das gibt's doch nicht, Alter. Junge, 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 ey. Du hast wieder... Oh Mann, ey. Wieder auf dem Wissen, Mann. Ich kann damit nicht leben. Doch, wie du den schon abgeholt hast. Ah, das ist doch unfassbar, ey. Das ist unfassbar. Unglaublich. Ach Gott, ey. Scheiße. Scheiße, Mann. Ich muss annehmen. Ah. Fuck. F*** Bist du der General hier? Ja klar, natürlich. Du warst sehr fast, Junge. Du weißt Bescheid, Alter. Ich hab die Seite, ja. Du musst eigentlich nur diese ganzen Double Agents, oder wie die auch immer heißen. Was ist mit denen? Du musst eigentlich nur einen Blick behalten, das reicht schon. Klar. Natürlich. Ich weiß nicht, ich hab Bescheid. Wobei, der ist schon richtig auffällig hier, ne? Der ist auffällig, das weißt du, Alter. Du hast recht. Ja, du bist safe. Ich hiebe jetzt auch eins an. Ich nicht, aber... Ich bin mir schon ziemlich sicher. Echt, ja? Nee, ist es safe, oder was? Nee. Der kleine Gigant, der kleine Gigant. Er hat den Gigant angezogen. Was ist denn hier los, ey? Leute hier, Mann. Banana Bread. Banana Bread. Security hat richtig Bock. Guck mal, seine Hand ist einfach nur so eine Scheibe. Banana Bread. Banana Bread. Banana Bread, Alter. Ja, der hat wieder eine Statue in der Hand. Der hat sich ja... Gönn dir die Statue. Nicht jeder eine Statue gönnt. Und auch der hier, also der Fettsack ist einmal hier sehr verdächtig und der Blondie da hinten. Wo ist der Blondie? Wo ist der Fettsack? Die sind verschmolzen, Junge. Ich sag's dir. Ja, du bist safe, der Fette hier. Du nimmst den Leck einfach aus Trotz. Ja, hör doch mal auf. Ja, ja. Mal, der kommt wieder, Alter. Es ist ein wunderschönes Buch. Manchmal kommt es anders und manchmal als man denkt. Aber der Dicke da... Oder du bist ja der Kleine, wenn du ja der Kleine bist. Ich fahr jetzt sofort nach Kleve zu dir hoch, ne? Ich mein's ernst. Bitte sag mir einfach, versichere einfach schon mal, dass du nicht der Kleine bist. Kann ich nicht. Warum? Ich will nicht riskieren, dass du zu mir nach Kleve fährst. Ach, Arschloch. Guck mal hier, lange Zeit hast du nicht mehr, Kollege Fleischwurst. Ja, sicher immer. Ja, ja, ja. Ich hab schon hier, aber ein paar Leute markiert hier, ne? Easy peasy, aber. Ja, ja, ein paar Leute markiert hier, ne? Kein Problem, Alter. Ja, der Dicke, der rinnt auch, ey. Wo ist der Blonde, Alter? Hä? Du mich verarschen. Ach. Mann, Mann, Mann. Was war das denn gerade? Alles klar. Warte. Kommt da Zeit dazu? Hä? Ach, Gigi, ey. Junge. Ach, Gigi. Du bist schon der Blonde da. Du bist safe, der Blonde. Ja, klar. Baller mich weg, Junge. Baller mich weg. Nein, eben. Das ist die Scheiße, weil du... Es ist keine Zeit gerade dazu gekommen. Aber es kann doch einfach Zufall sein, dass du gerade gegen Ende... Also, dass gerade ein NPC gegen Ende... Die Scheiße da... Oh, ich weiß es nicht. Hä, was ist denn jetzt los? Soll ich jetzt einfach sch... Hä? Was war das für ein Geräusch? Warum kommt dieses Geräusch immer bei dir? Alter! Alter! Alter, ich dachte so oft, ich wäre tot, Junge. Ich dachte so oft, ich bin tot. Ich dachte so oft, ich bin tot, ne? Ohne Scheiß. Du warst es halt... Ach, komm, Alter. Ich dachte so oft, ich sterbe jetzt, Alter. Allein diese Aktion mit der Uhr zum Schluss, ne? Holy Moly, ey. Dieses Geräusch kommt immer, glaube ich, wenn man ne... Wenn man ne... Wenn man ne... Figur inspiziert oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Alter! Und bei mir kommt jetzt gerade Gewitter, deswegen... Hat es gerade so laut geknallt, ey. Holy shit, ey. Holy shit, ey. Boah! Das war richtig close, Mann. Du hast echt gut aufgepasst, aber es war wirklich knapp. Es war wirklich knapp. Ich dachte gerade... Ich wollte nicht einfach schießen, aber ich war mit... Ey, 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 Mann, das Spiel regt mich so auf. Alter, du bist mir die ganze Zeit mit dem Laser immer so gefolgt. Und dann war ich im Gespräch, da kam der Laser auf meinen Kopf drauf und ich dachte, ist vorbei jetzt, Alter, ist vorbei. Untertitelung des ZDF, 2020